Oh, wenn mir das vorher einer gesagt hätte. Mann, Mann, Mann. Der Start ist er wohl. Die Mannschaften sind gestartet. Beide Boote sind gut unterwegs. Kraftvoller, gleichmäßiger Durchzug. Allerhöchste Motivation. Und hier schlecht auszumachen, wer führt. Das ist in jedem Fall wieder ein knappes Rennen. Die Jugglers sind gut unterwegs, sehr gut unterwegs. Firma Klink, die Handwerker aus Ebsbauer, gewohnt routiniert. Die haben ja schon viele Halbfinale bestritten in den letzten Jahren. Und sind wir auch heute wieder. Aber geschenkt wird dir nix. Das ist knapp. Das sind sehr gut ausverteilt. Und der Ausgabe ist wieder vor. Sie sind noch nicht klar. Sie sind noch nicht klar. Aber wenn, dann nur, weil die Strecke nicht nur zwei Meter länger war. Sie sind noch nicht. Nein, nein, aber knapp. Der war knapp. Der war knapp. Noch mal. Es ging um zwei Zehntel Sekunden und Kling hat mit 1, 22, 34 gewonnen. Herzlichen Dank. Hat es so gesagt, dass er es so gemacht hat? Ein Wahnsinnsrennen, ganz toll und es ging um zwei Zehntel Sekunden. Ganz toll, herzlichen Dank und einen riesen Applaus.